Uns hört tatsächlich jemand zu. Echt, die arme Sau. Meinst du, es ist nur einer? Ich fürchte es mal, ja. Auf jeden Fall wollen wir uns an dieser Stelle zum ersten Mal bedanken für deine, also von dem einen, die große Unterstützung von dem einen. Dankeschön. In der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten 30 Tagen. Nee, also Spaß beiseite. Also wir hatten in den letzten 30 Tagen über 2500 Downloads und Streams und haben es auch in die Top 10 der iTunes Podcast Charts in der Kategorie Musik geschafft. Also vielen lieben Dank an euch. Super geil, dankeschön. Ja, damit hätten wir auch eigentlich gar nicht gerechnet, ne? Nee. Hast du schon jemandem erzählt, dass du jetzt Podcaster bist? Nee, ich habe nicht Podcaster gesagt. Ich habe erzählt, ich mache hier so ein bisschen, ich schreibe Artikel für die Sound Recording und jetzt machen wir hier auch so einen Podcast. Ich habe das meinen Eltern erzählt und meine Mama war ganz interessiert und sagte, ja, und was machst du denn da? Und ich habe das ein bisschen erklärt und dann hörte ich dann später über meinen Vater, dass sie ihn dann gefragt hat, sag mal, was ist eigentlich ein Podcast? Ja, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen ins Detail gehen, aber nee, Podcaster würde ich mich ehrlich gesagt noch nicht nennen. Okay. Ja, ich meine, das gibt es ja auch eigentlich schon länger, ne? Also ich meine, seit 2000 gibt es den Begriff Audioblogging, hieß das damals. Dann 2004 kam der Begriff Podcast und ja, ich konnte mir ja natürlich auch nicht meine wöchentliche Trivia entgehen lassen, deshalb habe ich noch was rausgefunden und zwar 2005 war das Wort Podcast in UK das Wort des Jahres. Ernsthaft? Ja. Okay. Gut, und was das Unwort der letzten drei Jahre ist, können wir uns alle denken in UK. Wir wollen uns bei euch für euren Support bedanken und deshalb habt ihr jetzt diese Woche die Möglichkeit, ein Apollo Arrow von Universal Audio im Wert von knapp 500 Euro zu gewinnen. Wir werfen außerdem noch ein Sennheiser E609 in den Lostopf und auch drei Studioszenetassen. Und alles, was ihr dazu tun müsst, ist, das Video zu diesem Podcast in unserem YouTube-Channel zu kommentieren. Also ja, es gibt tatsächlich Leute, die unseren Podcast auf YouTube hören. Wichtig ist dabei nur, dass ihr in euren Kanalinfos auch eure E-Mail-Adresse hinterlegt, damit wir euch im Falle eines Gewinns natürlich auch kontaktieren können. Also, Sound und Recording YouTube-Channel aufrufen, das Video zu diesem Podcast kommentieren und vorher sicher gehen, dass die E-Mail-Adresse in den Kanalinfos hinterlegt ist und dann seid ihr im Lostopf mit dabei. Du wunderst dich so, dass die Leute den Podcast auf YouTube hören. Ich meine, es gibt viele Leute, die hören einfach Musik über YouTube. Warum nicht auch Podcast? Ja, ich weiß es nicht. Also, wäre jetzt nicht so, dass der Kanal, über den ich einen Podcast höre, weil ich höre halt Podcast eigentlich über das iPhone, ja, und da kann man halt keine Videos abspielen. Und auf dem iPhone gibt es kein YouTube, oder? Bitte? Auf dem iPhone gibt es kein YouTube. Nee, aber ich setze mich halt nicht eine Stunde in die Bahn und gucke mir ein YouTube-Video an, wo eigentlich nur ein Standbild ist. Weil, wenn du das, also, auf meinem iPhone ist es auf jeden Fall so, wenn ich das in die Hosentasche stecke, dann geht das Video halt, läuft das, der Ton des Videos halt nicht weiter, ne? Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum das eigentlich so ist, weil, ja, warum? Ich glaube, es liegt daran, weil man mit YouTube visuellen Content verbreiten möchte. Ach, das sollen die nicht so eng sehen. Ja, gut, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonniert. Das war es jetzt mit unserem Gelaber und jetzt geht's los. Hier ist er wieder, der Sound-and-Recording-Wochenrückblick. Mein Name ist Marc Bohn und... Mein Name ist Klaus Behz. Jetzt hat sich das ja schon fast so ein bisschen etabliert, ne? Ja. Und wollen wir einfach direkt mal starten. Wir hatten ja eigentlich so gedacht, wir machen so eine Black Friday, eine Black Friday-Special, ja? Am Black Friday. Aber irgendwie, sind wir ehrlich, also ich kann's schon fast nicht mehr hören. Nee, ich auch nicht. Also, es ist ja ehrlich gesagt heutzutage schwieriger, nicht die Deals rauszufinden, sondern den zu finden, der keine Deals hat, ne? Also, ich kriegte noch gestern diverse Newsletter von irgendwelchen Möbelhäusern, die dann heute einen Black Friday-Deal machen. Und, ja, ich hab den heimlichen Drang verspürt, mir mal schnell einen neuen Schlafzimmerschrank zu kaufen, aber hab's dann doch noch sein gelassen. Aber jeder macht mit. Ja, wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Black Friday-Deals ein, die wir so rausgesucht haben. Die Liste ist aber relativ lang. Wir wollen aber trotzdem erstmal noch auf ein anderes Thema eingehen, was letzte Woche, glaube ich, alle polarisiert hat. Worüber auch alle schon gesprochen haben, aber wir wollen einfach das Thema nochmal aufgreifen. Wir haben tatsächlich letzte Woche vergessen, ein Video zu besprechen, was wir eigentlich auf unserer Liste hatten. Und das hieß Behringer Warp Drive. Um den Warp Drive, genau. Sehr schönes Video, muss ich übrigens sagen. Also, da haben sie es richtig Mühe gegeben. Ja, super witzig. Auch mit viel Eigenironie. Zwei Mitarbeiter von Behringer. Also, es geht um den Behringer Poly-D. Zwei Behringer-Mitarbeiter sitzen im Büro in Willig. Der eine telefoniert gerade mit Uli und Uli Behringer halt. Und Uli redet von irgendeiner Funktion. Und die Mitarbeiter wissen überhaupt gar nicht, um was es geht. Und dann nach dem Gespräch dreht der Mitarbeiter sich zu dem anderen um und fragt dann, hast du was von so einer neuen Funktion gehört? Und dann sagt er halt auch selber so, wir bringen einfach zu viele Synthes in letzter Zeit raus. Oh, er recht hat, hat er recht, ne? Ja, da jagt ja ein Synth den nächsten. Also, da war ja der Wasp. Oder Wasp. Ja. Genau, und dann auch direkt zwei Tage später Poly-D und das Behringer Wing haben wir ja schon besprochen. Genau, kurz zuvor noch die 303. Also, der 303-Nachbau. Und ja, der RD8 ist ja jetzt auch nicht so lange her. Und ja, es kommt eigentlich permanent irgendwas Neues. Genau, zum Wing kann ich nur noch sagen, da habe ich mich in der letzten Folge versprochen. Das Wing hat natürlich nicht 84 Channels, sondern 48. Hatte ich einen kleinen Zahlendreher drin. Danke an Detlef Hörpfner, an meinen Kollegen von Production Partner für den Hinweis. Sehr gut aufgepasst. Mal kurz. Genau. Also, es ist ja schön, dass das auffällt, weil das heißt ja, es wird auch gehört. Mhm. Okay, aber kommen wir jetzt zum Poly-D. Mhm. Erzähl doch mal. Hast du dir das Teil schon angeguckt? Ja. Ich habe es natürlich auch noch nicht vor mir gehabt, sondern einfach nur diverse Videos überflogen. Dazu muss ich sagen, ich bin nicht der große Minimog-Fan, aber... Echt nicht? Nee, gar nicht. Also nichts gegen den Klang oder sowas, aber das ist jetzt nicht der nächste Sünd, den ich mir kaufen werde. Aber nichtsdestotrotz, wenn man ihn sich anguckt, also auf den ersten Blick sieht er erstmal toll aus. Und zumindest, was man so den ersten Videos entnehmen konnte, scheint er auch sehr schön verarbeitet zu sein. Er hat im Endeffekt, er bübelt den Nachteil des bisherigen Model D aus, nämlich der doch relativ kompakt war, also dass halt die ganzen Regler relativ eng beieinander waren. Das ist jetzt einfach schöner zu bedienen. Und sie haben dann eigentlich die Klangerzeugung, glaube ich, größtenteils übernommen, wie ich das verstanden habe, mit diversen Features noch angereichert. Also es gibt jetzt beispielsweise eine Distortion-Einheit drin, es gibt einen Chorus drin und ja, im Endeffekt natürlich ist eine Klaviatur dabei. Und sie nennen ihn Poly-D, wo man dann halt denkt, er ist jetzt Polyphon und da entstand dann in den diversen Foren eine größere Diskussion drum, um den Begriff Polyphon versus Paraphon. Und das muss ich sagen, ist auch einer der Gründe, warum ich ihn mir jetzt nicht kaufen würde, weil ich hätte ihn halt auch gerne in Polyphon und nicht in Paraphon, wie er eigentlich ist. Also ja, Definitionen gehen jetzt hier tatsächlich ein bisschen auseinander, aber die Kurzform davon ist im Endeffekt, das Gerät hat halt vier Oszillatoren drin. Und wenn man jetzt beispielsweise einen vierstimmigen Akkord spielt, dann ist es halt nicht so, wie bei einem normalen Polyphon-Zünd, dass dann jeder einzelne Tastendruck alle vier Oszillatoren inklusive des kompletten Strangs dahinter antriggert. Also dass dann auch jede Stimme ihren eigenen Filter, ihren eigenen Verstärker und so weiter und so fort hat, sondern man spielt eben nur einen Oszillator jeweils, die dann aber halt durch gemeinsame Filter und Verstärker hindurchlaufen. Genau, es gibt ja auch, also der Minimook ist tatsächlich mein Lieblings-Synthesizer und ich spare auch schon auf ein Original. Mein Kollege Thomas Adam, der hat drei davon oder vier sogar und der hat mir auch schon angeboten, der macht mir auch schon einen guten Preis. Ja. Und genau, also als ich, klar, du hast ja die Klaviatur schon angesprochen, das ist glaube ich das Auffälligste, was neu ist. Natürlich sieht er genauso, ist er im Design des Minimooks, das ist glaube ich unverkennbar. Genau, ich habe mir ja diese Funktion auch mal gestern nochmal angeguckt. Es gibt ja drei Modis, es gibt ja dieses Mono, die Monofunktion, dann gibt es die Unisonfunktion und dann halt auch diese Polyfunktion. Und mit der Monofunktion kannst du halt quasi alle vier Oszillatoren anschalten, unterschiedlich stimmen und du drückst halt mit, du spielst halt mit einer Taste alle Oszillatoren, trägst du halt an. Bei der Unisonfunktion ist es so, dass wenn du eine Taste drückst, zwei Oszillatoren angesteuert werden und wenn du dann einen anderen Ton spielst, also einen zweiten, dann werden die anderen beiden Oszillatoren angesteuert. Das heißt, du hast halt mit jeder Taste steuerst du zwei unterschiedliche Oszillatoren an und wenn du auch dann quasi dann in Polymod hast du halt quasi, wenn du dann einen vierstimmigen Akkord spielst, dann kannst du theoretisch halt auch alle Oszillatoren einzeln ansteuern. Also je nachdem, wie du sie halt stimmst. Also so habe ich es jetzt zumindest mal verstanden. Aber das ist halt das, was ich normalerweise unter Paraphonie verstehen würde. Also zum Beispiel der Arturia Matrix Brute, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, der ist auch so drin. Also der ist ja eigentlich auch monophon, hat aber eine Paraphonie-Funktion, wo du halt die drei Oszillatoren nacheinander spielen kannst. Und das ist im Endeffekt auch alles, also das ist ja nichts Schlechtes. Es ist halt nur schade, finde ich, wenn im Produktnamen eigentlich Polyphonie suggeriert wird und es ist die etwas schwächere Variante, die Paraphonie, drin. Das ist schade, finde ich. Vielleicht hätte man den Namen anders wählen sollen. Ja, fände ich auch gut. Aber ich meine gut, Polydie klingt halt auch cooler als Paradie. Genau, vielleicht war es auch Absicht, dass er das, natürlich sollte das es wahrscheinlich auch implizieren. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, also ich glaube, der finale Preis steht noch nicht fest. Es geht, glaube ich, Tendenzen Richtung 500 Euro oder sowas in den Dreh. Sollte das tatsächlich der finale Preis sein, ist es natürlich ein Knaller. Also dann kann man auch gerne über Polyphonie versus Paraphonie hinwegsehen. Ja, definitiv. Also ich habe ihn auch noch nicht in der Hand gehabt oder so. Und er macht halt von der Verarbeitung halt so einen typischen Behringer Eindruck. Also er sieht schon gut aus, aber ich glaube, wer Wert auf Details in der Verarbeitung legt, ja, vielleicht, für den wäre es vielleicht nichts, aber ich meine den Minimux Sound für 500 Euro und noch mit mehreren Features dazu. Gibt hier auch einen Arpeggiator und einen Sequencer. Also ich habe mir gestern noch ein Video angeguckt, werde ich auch hier in den Shownotes verlinken, auf unserer Website. Und könnt ihr euch mal angucken, ist echt, also ich finde es eigentlich ein cooles Teil. Also ich bin tatsächlich am überlegen, auch wenn ich nicht so der Behringer Fan bin und auch nicht der Klon-Fan. Ich finde das Thema Klon ist so ein bisschen wie, wenn ein Vegetarier versucht, was zu finden, was wie Fleisch schmeckt. So, das finde ich irgendwie auch komisch. Aber ich finde, der macht schon so einen guten Eindruck. Der macht auf jeden Fall einen guten Eindruck und zumindest, was man ja bisher so gehört hat, die Behringer Synths alle klanglich sehr, sehr, sehr ordentlich. Ich habe halt nur den Neutron hier, der ja in der Eigenentwicklung ist und nicht direkt was kopiert hat. Und mit dem bin ich super happy. Ganz tolles Teil, auch extra für den Preis jetzt. Und bei mir wäre es also so, wenn ich mir einen Behringer Synth jetzt aussuchen dürfte, dann wäre es der DeepMind. Auch einfach, weil der hat zwar Anlehnungen in Richtung Juno, aber ist ja doch im Endeffekt eine Eigenentwicklung. Und ich finde, das ist so ein schönes, rundes Gesamtpaket. Ich bin halt auch nicht so der große Klon-Fan, aber gut, sagen wir mal so. Sie bauen hier Kultgeräte nach, zu einem super Preis. Das stimmt. Ja, mit einer Funktionalität, die super ist. Klang ist sehr gut. Also im Endeffekt sind das gerade richtig tolle Zeiten für Synthi-Fans. Ja, absolut. Was ich euch auch noch in den Shownotes verlinke, ist der Test des Minimooks auf Keyboards.de und natürlich auch den Test des Behringer Model-Ds. Dazu muss ich auch noch sagen, dass wenn ihr die Shownotes guckt, da seht ihr wahrscheinlich alle Links und so ein bisschen auch Text. Und wer das Ganze über Spotify hört, der hat da so ein bisschen die A-Karte, weil Spotify zeigt keine Links in den Shownotes an und zeigt sowieso als Shownotes nur die Beschreibung an. Das heißt, wenn ihr jetzt über Spotify unseren Podcast hört, dann geht einfach auf sound-on-recording.de slash podcast, dann kommt ihr auf die Landingpage von unserem Podcast und dort sind die Podcasts chronologisch hinterlegt. Das heißt, dort in den einzelnen Beiträgen verlinke ich dann auch nochmal die Shownotes. Das heißt, geht einfach auf sound-recording.de Podcast, sucht den Beitrag zu dieser Episode und dann findet ihr dort auch die Links. So. Gehen wir weiter. Yes. Ich hatte die Woche eine interessante News-Meldung in meinem E-Mail-Postfach vom Orba von Artifon, ein One-Hand-Synthesizer. Den musst du mir jetzt mal erklären, weil ich habe mir das Video angeguckt, dieses einminütige Teaser-Video. Ich wäre danach am liebsten schreiend aus dem Raum gelaufen, weil das ist so eine Art von Video, die ich absolut hasse, weil du hast dann so einen Typen da, der so ein bisschen fancy rumdanzt und der hat dieses Gerät in der Hand und das klingt alles ganz cool, was der macht, nur ich kann überhaupt keinen Bezug von dem Gerät zu dem, was tatsächlich passiert, feststellen. Also, nö, das war mir nicht klar und irgendwie hatte ich danach dann auch keine große Lust, mich ehrlich gesagt noch weiter zu informieren. Ich kann es mir auch direkt sagen in dem Video, was es ist. Ja, das stimmt. Es war natürlich eher so ein Marketing-Video. Ja, klar. Das sollte halt natürlich irgendwie darauf hinweisen, dass das Teil einfach Spaß macht. Ja, also was ich halt so interessant fand, ich dachte, okay, das sieht irgendwie so aus wie so ein, sieht irgendwie so eine Mischung aus, eigentlich sieht es aus wie so ein PlayStation-Controller, sage ich jetzt einfach mal, aber irgendwie in der Größe von einer Orange. Und dann dachte ich mir, hey, das soll ein Synthesizer sein und sie sagen halt, ah, der Synthesizer nur für die Hand, wo du in der Handfläche Musik machen kannst. Dann habe ich mir das natürlich mal durchgelesen und es ist halt ein portabler Synthesizer, ein Looper und auch ein MIDI-Controller, der halt 99 Euro kosten soll. Das Witzige daran ist halt, der soll berührungsempfindlich sein, das heißt, er soll auch über Gesten anzusteuern sein. Also da bin ich halt echt gespannt, wie das funktioniert. Es gibt dann irgendwie auch Drum-Modi, ein Bass-Modi, ein Chords-Modi und halt auch ein Lead-Modi. Sind natürlich auch LEDs irgendwie dran, Touchpads, reagieren auf Streichen, auch Vibrato, es gibt Bewegungssensoren, winken, drehen, schütteln, steuern. Also das ist, klingt ein bisschen spannend. Ich hatte mal so, kennst du noch die Mojis? Hieß das, glaube ich? Kennst du das? Moji? Nee, sag mir nichts. Das war so ein Teil, das konntest du halt an deinem iPad oder so auf deinem iPhone anschließen und dann irgendwo hinkleben. Also das war so ein, ich sag mir jetzt mal so ein 4 cm Durchmesser-Teil, da war so eine, ja so eine Gummi, wie soll ich das sagen, Gummibezug unten dran und den konntest du halt überall dran drauf klatschen. Das heißt auf den Tisch und dann konntest du halt am Tisch verschiedene irgendwo drauf klopfen und dann konntest du halt auch dem Moji dann sagen, ja wenn ich da klopfe, dann klinge so und wenn ich da am Tisch klopfe, dann klinge so. Und dann konntest du halt quasi überall, dann konntest du das irgendwie an einer Glasflasche machen oder so. So ein bisschen, so sehr innovativ. Hat sich, glaube ich, nicht ganz bewährt, aber so ein bisschen hat mich das so dran erinnert. Es geht darum, dass man halt so ein bisschen, ja, interaktiv, innovativ, intuitiv, meine ich, Musik macht. Fand ich ganz witzig. Ja, das ist prinzipiell keine schlechte Idee, nur ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, wie man das kontrollieren kann. Ich meine, da liege ich vielleicht auch völlig falsch mit. Also wenn ich es mir anschaue, dann hat er halt verschiedene Tasten auf der Oberseite. Das hat mich irgendwie, auch wenn das jetzt keine farblichen Tasten war, hat mich irgendwie jetzt ein bisschen an dieses alte Sensorspiel von MB erinnert. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich gezielt damit Dinge spielen könnte. Also sie werden sich da natürlich irgendwas bei gedacht haben, aber das wird halt leider in dem Video noch nicht so ganz klar. Genau. Der Hintergrund ist halt, das ist ein Kickstarter-Projekt, das noch bis zum, hier steht, es geht bis, ah ne, es startet am 25. November und geht bis zum 12. Januar. Und ich habe mir, also ich werde diesen Kickstarter-Link auch in den Shownotes hinterlegen für euch. Kickstarter heißt, es ist erstmal ein Projekt und man kann bei Kickstarter dann halt sagen, man möchte die und die Anzahl an Kohle einnehmen. Das heißt, du zahlst quasi erstmal da rein in das Projekt diese 99 Euro und wenn das Projekt dann zustande kommt, dann bekommst du halt auch dieses Gerät. Und ich habe mir jetzt mal diesen, ja, diesen Kickstarter-Link angeguckt. Da war ich gestern schon drauf. Die wollten eigentlich 50.000 US-Dollar einnehmen. Ich habe gestern mal geguckt, da waren sie noch bei 170.000 Dollar. Nicht schlecht. Und jetzt sind die bei 215.000 Dollar. Okay, also ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die sind ganz anderer Meinung als ich. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon heißen soll. Ich fand es einfach nur spannend. Ich mag so Sachen, die sich so ein bisschen raus, ja, von der Masse abheben, ne. Aber ob das jetzt funktional ist, sei mal dahingestellt, ne. Ja. Genau, was hatten wir noch Neues in der letzten Woche? Da war der URD Avalon VT737 Tube Channel Strip, der wohl einer der prägendsten Hardware Channel Strip in der Hip-Hop und in der A&B Produktion ist. Ich habe auch herausgefunden, dass das Avalons Flaggschiff ist und auch ihr meistverkaufter Kanalzug aller Zeiten ist. Richtig so ein Kultgerät, was man halt in vielen großen Studios sieht, ne. Ja. Wenn man halt diese typischen Rackfotos aus großen Studios sieht, dann hat man halt diesen typischen Avalon Channel Strip, beziehungsweise diese Avalon Optik immer irgendwo dazwischen. Genau. Kostet 299 Euro. Gibt's natürlich im URD Store. Werde ich auch in den Shownotes verlinken. Dann gab's noch ein paar andere Sachen, wo wir jetzt nicht so mega krass drauf eingehen werden. Es gibt einen neuen Black Lion Audio 18, also einen Channel Strip. Dann hab ich gesehen, dass es nochmal von United, heißt die Firma, die war mir vorher ein bisschen unbekannt, gibt's einen UT FAT 47, ist halt nochmal ein U47 Nachbau. Und dann kommen wir so ein bisschen zu deiner Ecke, ne. Ja, das 2.0 Update für den Matrix Brood von Arturia kam, glaub ich, vorgestern Abend in den Newsletter rein. Und ja, mein Matrix Brood, der weint schon, weil ich hab ihn noch nicht abgedatet. Aber, ähm, also das liest sich richtig, richtig toll, was sie da eingebaut haben. Also, ähm, sie haben im Endeffekt, äh, die, äh, der Matrix Brood hat sehr wenige Schwächen und, äh, eine von ihnen war, dass beim, ähm, beim Routing, was prinzipiell ja über diese Matrix sehr schön gelöst ist, äh, da gab es bisher nur vier komplett freie Routings. Also, dass du sagen kannst, äh, äh, ja, ähm, Source X, root mir das auf irgendeinen beliebigen Parameter. Da gab's halt vier Slots, die du definieren konntest. Das haben sie mal eben auf 16 aufgebohrt, was halt gerade die Sounddesign-Möglichkeiten, äh, unglaublich steigert. Ähm, dann haben sie, ähm, sie haben jetzt eine Möglichkeit eingebaut, dass du, ähm, die Wellenformen der LFOs frei designen kannst da drin. Und das haben sie ganz clever gemacht. Und zwar, der Matrix Brood hat ja diese große Matrix aus, äh, 16 mal 16 Buttons. Und die kannst du dann tatsächlich schon fast wie so ein Zeichendisplay nutzen und da reinmalen und hast dann da deine Wellenform und die wird dann irgendwie umgewandelt und, äh, ist dann halt als, äh, ja, als neue LFO-Wellenform benutzbar. Ja, dann haben sie den, ähm, den Sequencer weiter überarbeitet. Sie haben, äh, Features, die es vorher nur in, ähm, in der, äh, Begleitsoftware gab. In diesem Medi-Control-Center haben sie jetzt in den Synth reingepackt. Ähm, du hast eine Compare-Funktion. Das heißt, also, wenn du, äh, dein, dein Preset abspeichern möchtest, dann kannst du vorher in den Speicherplatz reinhören, auf den du das abspeichern möchtest. Einfach, um mal reinzuhören, überschreibe ich hier gerade nicht meinen Lieblings-Sound. Also, ganz tolle und praktische Funktionen, die es halt jetzt, äh, einfach als kostenloses Update für den Matrix-Brute gibt. Cool. Genau, was hatten wir noch? Dann hat Uhe Zebra 2.9 angekündigt. Mhm. Ähm, ich hab mir so ein paar Sachen einfach rausgeschrieben. Zu den Verbesserungen und neuen Features gehört, oder gehören unter anderem zwei neue Oszillator-Effekte, DX und Smear. Dann, ähm, ist es tatsächlich Catalina-kompatibel. Über das Thema haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Oh ja. Ähm, soll eine bessere Performance haben. Ähm, NKS-Support, äh, eine optimierte Library und, äh, ja, es gab wohl viele Fehlerbehebungen. Ähm, ist, wann soll es verfügbar sein? Muss ich jetzt mal kurz gucken. Uhe Zebra 2.8 und 2.9 ist bis zum 4.12.19 von 9, 139 Euro, äh, zum Preis von 199 Euro erhältlich. Das heißt, es ist ein Black-Friday-Deal. Mhm. Mhm. Kostet regulär 199. Also es scheint schon raus zu sein. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt haben wir das Thema Black-Friday ja schon angesprochen. Wir haben ja eigentlich schon so ein bisschen unsere Meinung dazu geäußert. Mhm. Und natürlich ist es ein cooles Ding, ja, aber gerade wir haben es ja jetzt intensiv mit allem beschäftigt und, äh, ja. Hast du dir denn schon was gekauft zum Black-Friday? Nee, aber ich hab schon bei Amazon so ein paar Sachen rausgesucht, die ich, hab ich ja schon gesagt, SD-Karten. Ich, ähm, ja, spiele auch immer noch mit dem Gedanken, mir eine GoPro zu holen. Hm. Okay. Bin aber, bin aber, bin aber noch am, am überlegen, weil, ja, mein iPhone eigentlich auch gute Videos macht, ja, und so ein Action-Cam ist jetzt von der Qualität auch jetzt nicht bedeutend besser, sag ich jetzt einfach mal, ne? Ja. Ist natürlich leichter zu handeln und so, aber, ja, so ganz günstig, günstig sind die ja dann immer noch nicht, ne? Ja, das stimmt. Okay, ähm, ich hab dann auch bei ein paar Herstellern angefragt, hey, wie sehen denn, wie sehen denn eure Black-Friday-Deals aus? Und dann hab ich einen Partner, von einem Partner hab ich die Meldung bekommen, ja, hey Marc, hier ist unsere Liste, aber hau die bitte nicht raus vor Freitag, okay. Er hat mir auch keine, hat mir dann eine Liste geschickt, aber da standen keine Produktbezeichnungen drin, also, oder Beschreibungen, ja, also ich wusste nicht, was es ist, sondern er hat mir einfach nur die Produktnamen geschickt und eben den Preis, so. Da in der Liste stand dann, XSW, 1-835, 199 Euro. Jetzt frage ich dich, was ist das? Ist es A, ein geschlossener Kopfhörer? Ist es B, ein Live-Funk-Mikrofon mit Empfänger? Oder ist es C, eine Kaffeemaschine? Also, ich behaupte mal, es ist D, ein alter Casio-Synthesizer oder sowas, weil irgendwie, ich glaub, es gab von Casio mal irgendwas mit X, W, S, keine Ahnung, äh, schieß mich tot. Ähm, aber wenn du mir die drei Möglichkeiten gibst, dann tippe ich tatsächlich auf das Live-Funk-Mikrofon, die haben immer irgendwelche kryptischen Namen. Ja, ist natürlich richtig, ich hätte es auch ein bisschen schwerer machen sollen. Aber ja, genau, das XSW, 1-835, 199 Euro, ist ein Bundle aus einem Live-Funk-Mikrofon mit Empfänger und ist von unserem Partner Sennheiser. Ähm, die haben auch noch weitere Deals und zwar gibt es den Sennheiser HD 200 Pro, also den Studio-Kopfhörer für 49 statt 75 Euro. Dann gibt es das Sennheiser XS1 Gesangsmikrofon für 49 Euro statt 129 Euro. Das MKE 400 ist ein richtiger Mikrofon für die DSLRs, gibt es für 99 Euro statt 199 Euro. Das finde ich ganz interessant tatsächlich, finde ich ganz spannend. Und dann gibt es ja noch das E609, das Studio-Mikrofon, was ja hauptsächlich wohl für Gitarre bekannt ist. Gibt es für 79 Euro statt 100 Euro. Ja, und das verlosen wir ja auch. Da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Ich bin gerade immer noch bei der Kaffeemaschine. Bist du noch bei der Kaffeemaschine? Ja, ich stelle mir das gerade vor. Wollen Sie Ihren morgendlichen Kaffee nicht mehr mit der Philips Sensio genießen, nehmen Sie doch die neue Philips XSW1-835. Ja, da hast du direkt Bock auf Kaffee. Ja, also das ist tatsächlich auch noch eine Sache. Meine Kaffeemaschine ist kaputt. Da ist irgendwie schon zum zehntausendsten Mal der Milchaufschäumer im Arsch, sage ich jetzt einfach mal. Und das nervt einfach. Da gehört doch nicht hin. Naja, vielleicht sollte ich da mal ran bei Amazon. Meine ist witzigerweise auch gerade kaputt, aber ich glaube, die kann ich reparieren, weil ich glaube, die ist auch einfach nur verstopft. Ich entkalk die zwar regelmäßig, aber irgendwie will sie gerade nicht so richtig und ich glaube, da muss mal ein bisschen Gewalt ran. Okay, das waren auf jeden Fall die Sachen von Sennheiser. Vielen Dank auch nochmal an Stefan Peters von Sennheiser, der uns die Deals zugeschickt hat. Und sorry, dass wir daraus jetzt so ein Quiz gemacht haben. Stefan ist übrigens auch Podcaster, heißt Der Nerd und beschäftigt sich mit Reisen und der Kultur in skandinavischen Ländern. Sehr spannend. Cool, klingt gut. Der Nerd, einfach mal auschecken. Genau. Jetzt haben wir hier einfach eine riesige Liste. Also ich sehe jetzt hier in unseren Notizen einfach nur URL. Jawohl. Wie machen wir es? Willst du einfach mal kurz anfangen? Du hast ja hier, glaube ich, am Anfang schon mal was. Ich dachte ja gestern. Kurz durchgehen, genau. Es geht los mit Waves. Und Waves hat das schon seit einer Woche angekündigt oder glaube ich noch länger. Ich habe es nicht mitbekommen. Es sind natürlich immer mal wieder die größten Deals aller Zeiten und billiger wird es nicht mehr und halt in typischer Waves Manier. Aber was wirklich schön ist, sie haben halt schon seit einiger Zeit angekündigt, tragt euch bitte ein Newsletter ein. Dann gibt es heute ein kostenloses Plugin, auch ein neues Plugin und das haben sie dann heute Morgen enthüllt. Das ist der Waves Berserk Distortion und der sieht wirklich ganz cool aus. Also ich habe ihn noch nicht reingehört, aber ihn zumindest schon mal runtergeladen. Von daher einfach heute alle auf die Waves Seite gehen, euch kurz eintragen. Dann könnt ihr das Plugin kostenlos runterladen und so haben wir so einen kostenlosen Distortion. Nimmt man doch eh gerne mit, oder? Ja, definitiv. Aber ich habe mir jetzt mal kurz die Seite aufgerufen. Über die Preispolitik von Waves haben wir ja letztens mal schon kurz diskutiert. Und wenn ich mir jetzt hier dieses Horizon angucke, dieses Ultra Bundle von Waves, dann kostet das regulär 3.999 Dollar. Hier steht jetzt On Sale 549 Dollar. Verstehe ich das richtig? Das Teil kostet normalerweise 3.999 Dollar und es gibt es jetzt für 549 Dollar? Ja, das verstehst du richtig und das ist halt auch das, was so ein bisschen komisch ist. Es gibt ja noch ein größeres Bundle, es gibt ja noch das Mercury Bundle. Da sind sie allerdings nicht so in die Vollen gegangen. Das kostet eigentlich 7.600 Dollar und kostet jetzt nur 4.000 Dollar. Aber nee, das stimmt ja gar nicht. Es ist ja Quatsch, was ich hier erzähle. Guck mal, hier gibt es sogar noch einen Coupon unten drunter. Jetzt kostet es nämlich nur noch 1.999 Dollar. Das heißt also, es ist tatsächlich fast nur noch ein Viertel des Preises. Ach ja, stimmt. Und hier dieses With BFD Coupon. Genau. Das heißt, also wenn du dir so ein... Ach so. Ich verstehe es nicht ganz. Das heißt... Nee, so ganz klar ist mir das auch nicht. Da ist nämlich eine kleine... Was ist denn das da überhaupt? Ist das eine 50 dahinter? Ist das ein Centpreis oder ist das such bitte Fußnote 50? Da findest du das Kleingedruckte. Ja, ich glaube, das heißt ja Black Friday 50% off. Wahrscheinlich hat das damit zu tun. Du kannst wahrscheinlich irgendwoher so noch so einen Coupon bekommen. Ja. Aber sorry, Leute. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Ich bin so schlecht vorbereitet. Nee, guck mal. Es steht ganz oben drüber. Also da steht Enter Coupon Code BF50 in your card. Das ist eigentlich schon fast so... Und woher kriegst du den? Ich glaube, den musst du einfach nur eintragen. Ach so. Also ganz, ganz oben steht es ja dick im Banner drin auch. Use Coupon BF50. Ach so, BF50 ist der Coupon. Jetzt verstehe ich das. Genau. Ach so. Und das heißt dann tatsächlich, das Horizon-Bundle, wo echt schon schönes Zeug drin ist für 274 Dollar. Ja, Heidewitzka. Und gut, ich meine, wenn man aufs Mercury upgraden will, das sind halt immer noch 2000 Dollar. Aber da ist dann auch wirklich bis auf wenige Ausnahmen alles von Waves drin. Und ja. Na gut, jetzt sind wir hier ein bisschen ausgeschweift. Alleine, weil wir uns da so ein bisschen drüber aufreden. Und Waves hat auch, glaube ich, über 200 Plugins mittlerweile. Ja, ja. Aber den kostenlosen Distortion bitte jeder mitnehmen. Definitiv. Ja. Genau, du hast hier noch aufgeschrieben, FabFilter. Genau, ich hatte eigentlich gedacht, FabFilter macht keinen Sale. Weil irgendwie hatte ich das im Hinterkopf, dass die fast nie Rabatte anbieten. Aber jetzt habe ich gestern zufällig noch gesehen, 25 Prozent auf alles. Und ja gut, FabFilter ist halt absolute Referenz. Von daher, da kann man auch gerne mal zuschlagen. Definitiv. Was haben wir als nächstes hier? Oh ja, jetzt haben wir hier das allerbeste. Das allerbeste Black Friday Angebot. Und zwar drei Sound, drei digitale Sound-Recording-Ausgaben im Kurzabo für nur drei Euro. Also, ich verlinke es auch in die Shownotes. Ihr bekommt für drei Euro die nächsten drei Sound-Recording-Ausgaben digital. Ist, finde ich, das beste Angebot aus dieser Liste. Geht nicht besser. Kauft es bitte zehnmal. Genau. Dann haben wir Soundtoys. Soundtoys, genau. Haben leider lange nichts Neues mehr rausgebracht, aber haben 50 Prozent auf alle ihre Bundles und ich glaube teilweise bis zu 80 Prozent auf einzelne Plugins. Und die sind immer noch klasse. Ja, ich glaube, es sind sogar mehr. Also, hier der, ich kann die Namen teilweise nicht aussprechen, deshalb sage ich einfach mal Echo Boy. Dann gibt es hier irgendwas mit D. Decapitator? Ja, genau. Decapitator. Okay. Weißt du, was Decapitator übersetzt heißt? Nee. Enthaupter. Okay, ja. Das ist, äh... Das sagt alles. Ich glaube, das drückt ganz gut aus, was es ist. Genau. Little Alter Boy. Crystalizer, Little Plate gibt es irgendwie zu sehr günstigen Preisen. Finde ich echt, äh... Es sind auf jeden Fall coole Sachen dabei. Mhm. Was haben wir noch? Melder Production. Das war da von dir was. Genau. Melder Production hat auch 50 Prozent auf alles. Die haben teilweise auch sehr schöne Upgrade-Angebote, weil wenn du schon einzelne Plugins von denen gekauft hast, dann wird dir das auf Bundles angerechnet und, äh, entsprechend dann der Rabatt drauf gehauen. Und, äh, ja, bei Melder Production, äh, die haben ja jede Menge Crazy-Zeug einfach drin. Also gerade was so Modulations-Zeugs angeht, wo man dann im Detail irgendwelche Kurven bearbeiten will, äh, da sind die richtig gut. Okay, cool. Ähm, was haben wir noch? Toontrack. Ja, die haben natürlich auch viele Sample-Packs und Libraries. Da hatte ich gehofft, dass sie den Superior Drummer 3 im Angebot haben, haben sie aber nicht. Haben sie nicht, ne? Nee. Aber ich glaube Superior Drummer 2? Nee, den gibt's nicht mehr. Nee? Nee, den Easy Drummer haben sie im Angebot. Ah ja, Easy Drummer, das weinte ich, genau. Perfekt. Ähm, was haben wir noch? Sonnable. Zum Beispiel gibt's den Smart EQ 2 für nur 60 Euro. Ähm, nee, das sind 60 Dollar, glaube ich, 59. Ähm, also ich weiß es tatsächlich nicht. Hier steht nur eine 59. Kann auch sein, dass es, kann Euro oder Dollar sein, aber ist egal. Wir haben übrigens den Smart Comp jetzt in der kommenden Soundrecording im Test. Was haben wir noch? Audified hat auch 50% auf das U73B und das U78 und 30% auf alle Plugins. Dann, äh, Rolly hat auch noch was im Angebot. Da muss ich mir mal kurz den, den Link öffnen und gucken, was es da so gibt. Ah, da gibt's einfach 50% auf alle C-Boards und auf die Blocks. Das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. Dann haben wir Isotope. Isotope hat, also die haben ein spezielles Black Friday Bundle, was ich eigentlich relativ spannend finde. Da ist drin, das sind die Elements-Versionen von diversen Sachen, von RX, von Ozone, von Neutron, von Nectar. Dazu die Trash 2 Distortion, dann dieses DDLY Dynamic Delay und den Mobius Filter und das alles für 49 Dollar. Also, da kann man nicht meckern. Cool. Dann haben wir noch Zylia, die, über die würde ich eigentlich gerne mal was machen. Kennst du dieses, dieses Mikrofon? Nee. Ja, es ist so ein 360-Grad-Mikrofon, nenne ich das einfach mal. Zylia.com, Z-Y-L-I-A. Muss man einfach mal gucken. Gibt's auf jeden Fall 30% Rabatt auf das Teil. Die Idee ist es halt, dass man es einfach in den Proberaum stellt und dann einfach die Proberaum-Session in 360 Grad mitschneidet. Nicht schlecht. Genau. Pisonos haben wir übersprungen. Haben wir Pisonos übersprungen? Ja, haben wir. Ja, bei denen natürlich toll. Studio One in der Regel 50% billiger. Also, richtig ausgewachsene DHW für einen sehr, sehr guten Preis. Plus noch diverse Plugins, von denen auch teilweise bis zu 50% reduziert. Aber ich glaube, Studio One ist ja vermutlich das Highlight. Dann haben wir Arturia. Mini-Brü 2, Mini-Brü 2S und Rambrüt gibt's bis zu 50% off. Das heißt, Mini-Brü 2 kostet 449 Euro statt 649, also 200 Euro gespart. Das gleiche auch da mal Mini-Brü 2S. Gleicher Preis. Rambrüt kostet 349 statt 449 Euro. Und noch immer die W-Collection im Angebot für, ich glaube, regulär 299 Euro plus Upgrade-Preise, ich glaube, ab 99 Euro teilweise. Genau, was haben wir noch? Dann haben wir hier, muss ich mal kurz gucken, sensel.com, da weiß ich gerade nicht mehr, was es ist. Ah ja, Morph. Es sind auch so intuitive Touchpads, auch sehr innovativ. Muss man sich auf jeden Fall dort mal angucken, sensel.com. Die gibt es auch für 50% off. Dann haben wir Krotos Audio, die Schotten. Das sind Schotten? Das sind Schotten, ja. Wir haben jetzt eine Story auch in der kommenden Soundrecording über die. Die fand ich, ich fand es tatsächlich supergeile Sachen, also supergeil, was die haben, muss ich wirklich. Ich kenne nur den Stimmenverzerrer von denen. Ist das der, wo du quasi einen Beispiel dann auswählst, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Schuss hast und der kommt auf Metall auf und du willst aber, dass der auf Glas aufkommt und dann kannst du einfach ein Glassimple auswählen? Nee, das ist halt dieses, wo du einfach deine Stimme verfremdest und machst dann, keine Ahnung, ein Aushärdchen oder ein Org draus. Genau, du kannst dann quasi so ein Profil, ist das nicht das Revoice? Nee, das ist was anderes, Revoice Pro, das war hier von Sunco Arts. Sehr gut vorbereitet hier, aber das kriegen wir raus. Moment. Ist es der Dehumanizer, der Rap? Ja, genau, der Dehumanizer, das ist es. Genau, ich meine, da kann man auch zum Beispiel so ein Tiger-Plugin dann reinladen. Also so ein Brüllen von einem Tiger oder so, mehrere Sounds von ihm und dann so ein Profil davon erstellen und man kann dann auch selber reinsprechen und man klingt dann wie ein Tiger. Also man kann dann einen Atmer reinhauen und dann atmet man wie ein Tiger. Also so habe ich es irgendwie verstanden, keine Ahnung, wie das funktioniert, müsste man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, also gerade im Bereich Sounddesign, ganz crazy Zeug. Genau. Was haben wir als nächstes? Hm, was haben wir noch? Traction sehe ich hier. Da muss ich auch mal gerade parallel auf die Webseite schauen. Was haben die Jungs im Angebot? Steht oben groß drüber, up to 65% Savings. So, das sagt ja schon mal alles. Und dann steht aber leider nicht drunter, für welche Produkte? Für viele. Sagen wir einfach mal für viele Produkte. Genau. Genau. Und zum Schluss haben wir noch hier Ableton. Mhm. Gibt es 25% auf Live 10 und auf alle Upgrades und Packs. Okay. Und ich habe gerade mal parallel geguckt. Hat Steinberg keine Deals? Wir haben ja letztes Mal noch so lange über das KeyBytes 10.5 Update gesprochen. Und macht Steinberg nicht mit? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können ja mal parallel googeln. Ja, abends. Du kannst ja jetzt nochmal schon einen Schwank aus deiner Jugend erzählen in der Zeit, in der ich halt mir das heraussuche. Ja, guck du nochmal. Aber zumindest auf der normalen Webseite ist nichts zu sehen. Naja, also ich habe jetzt auch mal gegoogelt und habe scheinbar irgendwie eine alte Website gefunden, wo steht, vielen Dank für Ihr Interesse an Steinberg Produktion. Leider ist das Angebot, für das Sie sich interessieren, abgelaufen. Ja. Okay, das war aber dann halt ein uralter Artikel. Cubase and Black Friday 2019. Ansonsten, was wir jetzt hier nicht mehr erwähnt haben, das haben wir aber letztes Mal schon erwähnt, ist Native 50% auf sämtliche Softwareprodukte zumindest. Hardware bin ich mir gerade unsicher, aber allein die Complete Bundles 50% off ist eigentlich schon ein relativer No-Brainer. Genau, genau. Die Links zu den anderen Black Friday Deals, die wir letzte Woche noch angesprochen hatten, die haue ich auch nochmal hier in die Shownotes. Also auch die Links zu den Herstellern oder zu den Websites, die wir jetzt gerade hier aufgerufen haben, werdet ihr dort auch in dem Beitrag finden. Ja, und wenn wir irgendeinen Hersteller jetzt vergessen haben, dann geht einfach auf die Webseite des Herstellers, der hat garantiert ein Angebot. Also, wie wir schon am Anfang sagten, es ist eher unüblich, dass heutzutage kein Angebot mehr von irgendeinem Hersteller da ist, als dass es eins gibt. Genau. Einfach irgendeinen Hersteller, irgendeine Website von einem Hersteller aufrufen und dann findet man auf jeden Fall Black Friday Deals, außer vielleicht bei Steinberg. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts übersehen. Nee, bisher nicht. Okay, haken wir den Black Friday ab. Jawohl. Kommen wir zum Workflow der Woche. Genau. Und möchtest du anfangen oder soll ich? Du hast ja in unseren Notizen das erste Teil stehen, würde ich sagen. Fang du an. Dann fange ich an und zwar mit dem Elgato Stream Deck. Vielleicht gibt es das auch gerade im Black Friday Deal bei Amazon oder sowas. Gibt es bei Thomann tatsächlich. Ich habe dir gestern Abend noch eine WhatsApp geschickt. Das war, ich hatte von dem Teil noch nie gehört und gestern Abend gucke ich bei Instagram und da werden mir die Thomann-Angebote gezeigt und dann war tatsächlich das Ding, ich glaube, eine größere Variante drin. War es denn auch im Angebot oder? Ich glaube, es war im Angebot, ja. Nicht schlecht, okay. Okay. Ja, das Stream Deck gibt es in drei Geschmacksvarianten, die sich eigentlich nur größenmäßig beziehungsweise von der Art und Weise, wie man sie aufstellt, unterscheiden, aber nicht von der Funktionalität. Und zwar ist das, das ist ein kleiner Controller, den man per USB anschließt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Zahlenblock an der Tastatur dran. Und das sind halt einzelne Buttons da drauf. Jeder Button hat ungefähr die Größe eines normalen Buttons auf einer Tastatur. Die sind mit einem Display hinterlegt und die können abhängig davon, welches Software gerade im Vordergrund ist, beliebige Shortcuts oder Funktionen auslösen. Das heißt also beispielsweise, ich kann mir ein Template beispielsweise für mein Betriebssystem anlegen und lege mir da einfach Shortcuts drauf für, keine Ahnung, diverse Programme öffnen, Ordner öffnen, sonstige Funktionen. Dann wechsle ich einfach in Cubase rüber und muss an dem Stream Deck gar nichts umstellen. Der merkt automatisch, okay, andere Software im Vordergrund. Ich wechsle mein Template und kann mir meine beliebigen Shortcuts für meine Software da drauflegen. Das ist also gerade jetzt für Identity-Programme, wo man schnell diverse komplexe Shortcuts nebeneinander legen muss, ist das super hilfreich. Und diese Steuerungssoftware dafür, die wird halt fleißig ausgebaut und auch teilweise über Third-Party-Leute unterstützt. Also beispielsweise, wer so ein Philips Hue System zur Beleuchtung hat, das kann man mittlerweile über dieses Stream Deck fernsteuern. Das heißt also, ich kann einfach auf dieses Ding drücken und dann ändert sich meine Beleuchtung im Raum. Und es war mal ursprünglich für Streamer gedacht, also für Twitch-Steuerung ist das optimiert. Man kann einfach per Knopfdruck mal kurz einen Tweet raushauen, der vorher definiert wurde. Aber es ist halt echt wunderbar, um in beliebigen Programmen einfach komplexere Funktionen auszuführen. Man kann, glaube ich, mittlerweile auch größere Makos da drin brauchen. Und die sind auch gar nicht so teuer, die Dinge. Also die mittlere Variante mit 15 Buttons kostet, glaube ich, etwas mehr als 100 Euro oder so. Die große, glaube ich, etwas über 200 Euro. Aber wenn man sich reingefuchst hat, ist das ein riesiges Zeitersparnis und deshalb mein Workflow der Woche. Genau, also es gibt hier diese Elgato Stream Deck XL. Gibt es für 244 Euro, gerade bei Thomann. Und die hat dann aber 32 LCD-Tasten. Ja, wir haben ja mit dem Ding noch andere Sachen vorhin in Zukunft für diesen Podcast. Dass wir so schöne Audio-Samples immer mal wieder reinspielen. So ein Applaus oder sowas, ne? Ja, hat es auch standardmäßig eingebaut, dass man da irgendwie Sounds drüber triggern kann. Aber habe ich mich tatsächlich noch nicht mit beschäftigt. Ich benutze es einfach nur, um Shortcuts abzufeuern. Ach komm, du nutzt es hier bei Twitch, wenn du wieder am Zocken bist nachts. Und ja, ja. Bist du so ein Zocker? Ich bin ein totaler Zocker, allerdings ich bin kein Streamer. Ach echt, du bist Zocker, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, sehr, sehr gerne. Und was denn? Quer durch die Bank. Also das fängt an von irgendwelchem Retro-Zeugs. Also ich habe nebenan noch meinen alten NES Super Nintendo N64 Playstation, alles aufgebaut. Hängt noch schön am Röhrenfernseher dran. Und ja, aktuell bin ich aber viel auf der Switch unterwegs und aber auch am PC. Also ich habe mir jetzt gerade mal wieder Dark Souls 3 vorgenommen und ja, weiße mich da durch. Und mit meiner Frau spiele ich momentan hauptsächlich Super Smash Bros. Geil. Und du? Ja, ich habe Jahre, ich habe seit 1900, also mein erstes FIFA, was ich gespielt habe, war das erste FIFA 1994 auf meinem 486er. Seitdem habe ich, glaube ich, alle Versionen gehabt. Außer 2006, da hatte ich die Weltmeisterschaftsedition tatsächlich, da hatte ich nicht erst FIFA 2006. Und in diesem Jahr war das erste Jahr, dass ich mir keinen FIFA besorgt habe, weil ich bin umgestiegen auf NHL. Okay. NHL 19, NHL 20, aber das zocke ich jetzt auch schon seit. Genau, aber sonst zocke ich tatsächlich nichts, außer mit meiner Frau ab und zu Crash Bandicoot. Aber das ist jetzt seit zwei Jahren auch etwas eingeschlafen, weil ja, meine Tochter ist ja zwei Jahre alt. Grüße an sie. Genau, also wer gegen mich NHL zocken will, schreibt am besten redaktion.soundrecording.de und schreibt dann einfach NHL-Duell. NHL nicht, aber FIFA würde ich gegen dich spielen. Okay, ja, machen wir dann mal. Mein letztes FIFA ist, glaube ich, FIFA 97 gewesen, von daher brauche ich ein bisschen Nachhilfe. War das das mit dem Fatboy Slim Soundtrack? Nee, das war mit Song 2 von Blur. Ah ja, genau. Richtig geile Soundtracks damals noch. Super gut, ja. Okay, mehr dazu in unserem Gaming-Podcast. Ja, den machen wir ab nächster Woche. Genau. Kommen wir weiter. Es ging ja darum, dass du mir auch mal deine Audiospuren dann halt schickst von deinen Vocals nach dem Podcast. Das heißt, wir verknüpfen uns hier über Skype. Jeder nimmt seine Vocals quasi lokal bei sich in der DAW auf und Klaus schickt mir dann nachher seine Vocals und ich packe das alles zusammen. Dann ging es darum, wie schickst du mir jetzt diese Datei? Die ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie groß ist die nachher? Ich glaube, es ist immer so um die 300 MB rum. Genau. Da war die Frage, Marc, soll ich dir das in die Dropbox legen? Da habe ich gesagt, oh, Dropbox, ne, das ist irgendwie so ein bisschen, ne. Meine Dropbox ist eigentlich immer voll. Ich muss immer irgendwas löschen, wenn mir irgendjemand was in die Dropbox legt. Hier intern arbeiten wir mit Server und mit der Nextcloud, also wo wir dann halt auch von überall, wir haben quasi so ein internes File-Sharing-System. Und dann habe ich dir erzählt, haust du mir doch über Retransfer rüber, oder? Hast du mir erzählt, ja. Und du kanntest das nicht? Nein, kannte ich nicht. Okay, deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn das vielleicht gar nicht so angekommen ist. Es gibt Retransfer, das ist ein File-Hosting-Dienst, wo man Dateien mit bis zu 2 GB an bis zu 20 Adressaten schicken kann und das halt kostenlos. Also man geht auf die Website retransfer.com, dort öffnet sich dann so ein kleines Formular, man gibt die Fänger-E-Mail-Adresse ein, man gibt die Sender-E-Mail-Adresse ein, man kann auch sogar noch einen kleinen Text eingeben. Dann kann man sogar per Drag & Drop einfach eine Datei hochladen. Du kannst aber auch über so ein Dropdown-Menü dann einfach gehen, die Datei in deinem Browser, in deinem File-Browser auswählen. Ja, und dann wird das hochgeladen, dann kannst du auf Senden drücken, dann bekommst du einen Link, um zu sehen, wo du die Datei theoretisch auch nochmal runterladen kannst. Und der Empfänger bekommt aber dann halt auch den Link, kann die Datei über diesen Link runterladen und du bekommst aber halt auch noch eine Nachricht darüber, dass der Link vom Empfänger runtergeladen wurde. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Man kann, es gibt die, in der Free-Variante gibt es keine dauerhaften Speichermöglichkeiten. Das heißt, nach einer Woche läuft das ab. Und dann ist die Datei nicht mehr verfügbar. Und ja, wenn der Empfänger es dann verpeilt hat, runterzuladen, dann muss man es nochmal neu hochladen. Es gibt dann aber halt auch die Pro-Variante, die 12 Euro im Monat kostet und wo man bis zu 20 Gigabyte hochladen kann. Und dort kann man dann halt auch bis zu 1 Terabyte speichern. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Damit schicken wir hier immer jede Menge Sachen rum. Irgendwie, wenn es große Bilder gibt im Intif, also die hochauflösend sind in der Qualität, halt auch für Print. CMYK-mäßig, dann sind die alle recht groß. Da schaufeln wir uns immer so die Sachen hin und her, weil über E-Mail ist das oft ein bisschen problematisch. Dann gibt es noch einen anderen Anbieter, Sworn Audio, der auch Partner der Studioszene ist. Ist auch ein File-Sharing-Dienst, aber du hast halt auch dann bei swornaudio.com, ne Quatsch, die Website heißt, macht der Gewohnheit, ist es einfach htps.swan, also s-w-a-n, wie der Schwan, .audio. Also die haben die Endung Audio. Auch eine ziemlich coole Sache. Also nochmal von vorne, File-Sharing-Dienst. Man kann auch über ein Online-Formular dann quasi eine Datei hochladen, also Audio-Dateien bis zu 2 GB. Man muss sich hier allerdings anmelden. Es ist ja trotzdem kostenlos. Der Unterschied ist hier, dass es halt auf Audio-Dateien optimiert ist. Das heißt, der Empfänger bekommt den Link ebenfalls und ihm wird dann halt auch auf einer Website, im Online-Browser, ähnlich wie bei Soundcloud, halt die Audio-Datei angezeigt. Und er kann die halt abspielen. Und man kann halt auch einstellen, kann er sich sie anhören oder kann er sie auch runterladen? Ich finde das eigentlich ganz cool, weil, ja, wenn man jetzt irgendwie einer Band oder so einen Mix nochmal schicken möchte zum Gegenhören und man will denen aber nicht die Möglichkeit geben, dass sie damit mit dem Mix irgendwas anfangen können. Ja, also ich meine, wie man Bands kennt, die hauen das direkt dann auf Social Media online und so, wenn der Mix noch nicht fertig ist. Genau, nur mal ein Beispiel zu nennen. Man kann halt Audio-Material bis zu 24 Bit und 96 Kilohertz da hochladen. Ist eine ziemlich coole Sache, sollte jeder mal ausprobieren. Es wird wohl auch bald eine Bezahlversion geben. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das weiterhin immer alles kostenlos ist. Und vielleicht gibt es dann auch ein Abo-Modell. Dazu kann ich aber auch gar nichts sagen. Das ist reine Spekulation. Hast du es schon mal ausgecheckt? Ich habe mich tatsächlich schon angemeldet, aber es ist jetzt noch nicht groß ausprobiert. Aber was mir gefällt, ist, dass es sehr, sehr übersichtlich ist. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Stefan Heger hat auch über das File-Hosting oder das File-Sharing in 2020 oder 2019 auch auf der Studioszene referiert. Das Video werden wir auch bald mal online stellen. Beziehungsweise es gibt dazu, es ist ein Podcast. Es wird ein Podcast dazu geben. Also gespannt sein. Dann Aufreger der Woche. Soll ich loslegen oder willst du loslegen? Mach du von mir aus. Okay. Mein Aufreger der Woche, es gibt zwei. Also zum ersten Freitag, 22.09. Ich gucke auf mein... Nee, Quatsch. Es war der 22.11. Ich gucke auf mein Facebook und sehe Klaus Betz, Betz, sorry, da haben wir ja schon wieder, verdammt. Klaus Betz gefällt die Studioszene auf Facebook. Scheiße, hast du das gesehen? Was ist da los? Ja, da ist los. Ich habe mein Facebook seit Monaten nicht mehr aufgehabt und irgendwie überkam es mich und ich dachte, ja, guck es mal wieder rein. Und ich habe gesehen, die Studioszene habe ich noch nicht gelaget. Da dachte ich so ganz klamm und heimlich, auf das kriegt der Marc eh nicht mitkommen. Das ist schon dran und gut ist und ja. Also liebe Autoren, es ist Pflicht, Studioszene auf Facebook zu folgen, auf Instagram, Soundrecording zu folgen, auf Facebook und natürlich auch Keyboards. Also, wer jetzt noch nicht von euch geliked hat, dann auf geht's. Ja, der zweite Aufreger ist halt auch so ein bisschen eher aus dem sozialkritischen Umfeld. Ich habe gesehen, dass Coldplay beschlossen hat, nicht mehr so viel auf Tour zu gehen, um weniger CO2-Ausstoß durch die Flüge zu produzieren. Oh, davon habe ich gehört. Jetzt bin ich gespannt, was dich daran stört. Ja, ich habe mich da so ein bisschen bekehren lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich so ein bisschen darüber aufgeregt. Also, ich liebe Coldplay, ich habe alle Platten, ich habe sogar Vinyl von denen. Also, es ist eine super Band. Zumindest die alten Sachen, die letzten zwei Platten sind nicht mehr so mega, mein Fall. Aber es sind auch tolle Jungs, tolle Musiker. Aber ich fand halt einfach das so krass, weil ich habe mir leulich dieses Live in Sao Paulo, ist es glaube ich, angehört oder angesehen. Das lief auf Dreisat, das Konzert. Und da habe ich mir gedacht, da hat jeder Besucher des Konzerts so ein leuchtendes Armband, was über irgendein System, irgendein Wireless-System angesteuert werden kann und dann halt auch leuchtet. Und dann gibt es halt so verschiedene, ja, wie sagt man, ja, die leuchten halt und dann gibt es verschiedene Choreos. Ich nenne es jetzt einfach mal Choreos, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ich habe mir einfach gedacht, boah, da sind überall Akkus drin, das nachher ist eigentlich alles nur Müll. Du gehst danach raus, du hast halt ein Andenken, okay, aber eigentlich ist es so viel Müll, was die für jede ihrer Shows generieren. Und dann kommt so eine Band und will sagen, wir machen jetzt hier so ein bisschen weniger Tour und sind jetzt hier die Halsbringer. Das fand ich im ersten Moment tatsächlich ein bisschen scheiße, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, irgendwann muss ja mal die Einsicht kommen. Und ich habe gesagt, vielleicht haben sie es tatsächlich eingesehen. Also ich habe mich nicht groß eingelesen in das Thema, aber gehen wir jetzt erst mal weiter. Ja, genau, und sie wollen jetzt halt auch diese Xylo-Lights, wie die sich nennen. Es war tatsächlich ein Fan, der die dann produziert hat und auch anlässlich, ja, zu diesem, zu dem Album Xylo-Meloto. Xylo? Genau, ich weiß jetzt nicht, habe ich richtig ausgesprochen? Komm, jetzt, keine Ahnung, ist noch zu früh am Morgen. Genau, aber eine Kollegin meinte dann, ja, Marc, aber guck doch mal, ist doch cool, dass sie jetzt die Einsicht haben und jetzt in Zukunft das nicht mehr machen, ja. Aber trotzdem, Mila, Coldplay ist eine super Band, wobei ich halt auch sagen muss, ja, dieses Live in Sao Paulo, es sieht super geil aus, es klingt einfach super, aber wenn Chris Martin da einfach 200 Meter über diese Bühne rennt und springt und auf dem Boden liegt, was Luke Mockridge in seiner Tour übrigens super geil nachmacht, sehr witzig. Echt? Ja, ja, total, also auch ein großartiger Künstler, muss man wirklich sagen, war ich sehr überrascht neulich, weil ich da bei einem Vortrag war, also bei einem Konzert, bei einem Auftritt war in der Lanxess Arena, zwei Tage hintereinander ausverkauft, Luke Mockridge, ich dachte, ich spinne, ich bin auch nur mit, weil ein Kumpel von mir da hin wollte und seine Frau dann krank wurde und ich bin dann einfach eingesprungen. Ja, aber anderes Thema, jetzt habe ich den Faden verloren, wo wollte ich hin? Achso, ja, der rennt da über die Bühne und du hörst an den Vocals einfach nichts. Nichts. Da ist kein Fehler, da ist kein Atmer, da ist nichts. Da ist, das Ding ist so glatt gebügelt. Ich habe das dann nachher meiner Frau auch erzählt und die meinte dann auch. Boah, krass, du hast recht, ja. Naja, egal. Das war so ein bisschen mein Aufreger der Woche. Also, eigentlich nichts Schlimmes. Was war deiner? Ne, ich kann es aber nachvollziehen. Ne, nur ganz kurz, was halt teilweise mittlerweile bei Touren oder auch bei Festivals an Overkill betrieben wird. Also teilweise ist es halt echt nicht mehr schön und ich finde, gut, ist nur meine persönliche Meinung, jetzt weniger des Umweltschutzes, weniger, aber es lenkt, finde ich, auch ein bisschen von der Musik ab, weil, ich meine, natürlich sieht das total geil aus, wenn du auf einmal irgendeinen 10 Meter hohen Roboter über die Bühne laufen hast und alles explodiert noch gleichzeitig, aber dann guckst du halt dahin und nicht auf die Musiker. Und ich glaube, für die Leute, die halt einfach so ein audiovisuelles Gesamtpaket haben wollen, die sich einfach halt da so mal die komplette Dröhnung geben wollen, für die ist das super. Ich glaube, also jetzt, ich kann nur da halt als Musiker sprechen. Ich, mir würde es auch reichen, wenn da irgendwie ein, zwei bunte Lampen hängen und halt ein cooles Konzert gespielt wird. Genau, also mir kam es halt eigentlich eher wie ein Marketing-Gag vor, weil, ich meine, die haben gerade zufälligerweise ein neues Album rausgebracht, ja. Ach, guck an, okay. Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Also, okay, das war jetzt mein Coldplay-Bashing am heutigen Tag. Genau. Mein, ja, es ist kein wirklicher Aufreger, es ist nur was, was mir aufgefallen ist. Und zwar, es ist schön, dass in letzter Zeit wieder so viele Synthesizer auf den Markt kommen. Jetzt auch gerade im digitalen Bereich wieder mehr. Wir hatten ja die Riesenwelle der Analog-Synthes. Und was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, wie wenige Stimmen die Dinger haben. Also gerade im digitalen Bereich, wo man ja denkt, ja, the sky is the limit. Wir haben heute in der Hosentasche eine dermaßene Rechenleistung. Da sollte es ja kein Problem sein, da mal locker 100, 200 Stimmen rauszuhauen. Aber man beschränkt sich in der Regel tatsächlich momentan auf acht Stimmen. Also, wenn wir uns mal ein paar neue Geräte angucken, nehmen wir mal den Novation Peak, der ist ja auch noch nicht besonders alt. Der hat acht Stimmen. Gut, der hat teilweise analoge Komponenten drin, von daher kann man es nur verstehen. Es ist ähnlich wie beim Wall of Quantum, auch der hat nur acht Stimmen, weil da wahrscheinlich analoge Komponenten drin sind und man dann halt mehr bauen müsste dafür. Aber man könnte ja auch denken, okay, wir machen eine Variante, die vielleicht komplett digital ist und würde dann vermutlich bei den acht Stimmen bleiben. Schauen wir mal weiter, hier zum Beispiel der Hydra-Synth von ASM, der jetzt gerade neu rauskommt, hat auch nur acht Stimmen. Und ich frage mich, warum? Also, guckt man sich so diese ganzen virtuell analogen Klassiker an, sei es zum Beispiel von Wall of the Q-Reihe, sei es Axis Virus, sei es Nordlead und so weiter und so fort, die haben halt zig Stimmen. Teilweise dann eben halt auch einen ausgefuchsten Multimode, dass du halt mehrere Sounds gleichzeitig spielen kannst, im Endeffekt wirklich komplette Produktionen darüber fahren kannst. Und das ist irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ausnahme momentan ist der Wall of Kyra, der jetzt auch gerade neu ist und halt mit, ich glaube, satten 100 Stimmen da glänzt. Und mich wundert es halt nur, also ich frage mich, warum das so ist. Man könnte natürlich sagen, okay, die erhöhte Rechenleistung, die wir heutzutage haben, die geht dann in eine genauere Berechnung rein, die Oszillatormodelle sind feiner, die Filter sind besser und so weiter und so fort. Das wird auch garantiert so sein. Nur ich glaube nicht, dass ich im Vergleich zu vor 20 Jahren, wo eben halt, ich sag mal, 16, 24, 32 Stimmen und mehr teilweise Standard waren, dass sich da die Rechenleistung nur verdoppelt oder vervierfacht hat, sondern ich glaube, da sind heutzutage ganz andere Dinge möglich. Und deshalb wundert es mich. Also warum immer nur acht Stimmen? Weil wäre doch schön, wenn man zumindest 16 hat. Ja, hier kann ich noch kurz den Ovation Summit ins Rennen werfen. Der hat nämlich 16 Stimmen. Der hat 16 Stimmen, das sind ja quasi zwei Peaks. Gibt es auch im Test, in der aktuellen Sound, ach nee, nicht in der Soundrecording, in der Keyboards. Aber die Keyboards gibt es doch nicht mehr, Marc. Hallo? Darüber reden wir im Moment nicht. Nein, darf ich nicht. Ja, dazu werdet ihr auf jeden Fall nächste Woche mehr erfahren. Bitte. Genau. Dann haben wir noch ein paar Sachen hier aufgeschrieben, aber wir wollten es heute eigentlich kurz fassen. Jetzt sind wir doch schon wie bei über einer Stunde. Dann machen wir einfach den Schluss nochmal ganz kurz. Ich habe aktuell eine MBO Soundbar zu Hause. Meine Frau fand das richtig cool, weil das Teil passt einfach nicht in meine Wohnwand rein, wo der Fernseher steht. Das ist irgendwie 7, 8 Zentimeter zu breit, deshalb musste ich den Tisch von meiner kleinen Tochter, wo sie normalerweise drauf malt, zweckentfremden und vor den Fernseher stellen. Und da steht jetzt im Moment die Soundbar. Das heißt, meine Tochter kann aktuell nicht malen. Aber ich finde, du hast eine richtige Entscheidung da getroffen. Ja, man muss halt auch Prioritäten setzen. Natürlich. Über die Soundbar werde ich euch nächste Woche mehr erzählen. Dann habe ich die Woche ein Interview gehabt mit dem niederländischen DJ. Ich habe gelernt, Holland ist eigentlich nur die Region um Amsterdam. Ich werde jedes Mal von meiner Frau korrigiert dafür. Ja, es tut mir auch echt leid. Ja, ich sage auch immer Holland und meine Frau sagt immer, es heißt Niederländer. Wobei, ich habe einen niederländischen Pass, von daher, ich darf das. Du hast einen niederländischen Pass? Ja, auch. Also ich bin halb Niederländer, halb Deutsche. Krass. Sehr interessant zu wissen. Ja, auf jeden Fall hatte ich ein Interview mit dem DJ Joris Vaughan. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Das findet ihr auf keyboards.de. Verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ja, dann war es nochmal kurz, einfach mal von uns nochmal ein Statement, was wir mit dem Podcast hier erreichen wollen. Also wir wollen einfach hier kontrovers und offen diskutieren. Also wir wollen hier jetzt nicht irgendwie, wenn wir mal irgendwie über ein Produkt reden oder sollte mal was Negatives bei rauskommen, dann wollen wir hier kein Markenbashing machen. Ja, wir wollen einfach nur Themen ansprechen, die die Szene und euch eben auch beschäftigen. Ja, und grundsätzlich sind das ja auch alles gute Produkte. Ja, wir wollen uns natürlich, erzählen wir halt oft auch mal viel. So, ich habe es eben schon angesprochen. Ich habe gesagt, dass Behringer hat 48 Kanäle, ne 84 Kanäle und es hat eigentlich nur 48. So, ich habe auch neulich gesagt, die neuen Postleitzahlen gab es 93. Ne, gab es 95. Sie gab es aber 93. Ja, also wir wollen hier einfach nur kontrovers diskutieren. Immer darf man nicht auch jedes Wort, was wir sagen, so auf die Goldwaage legen und wenn euch irgendwie was auffällt, was wir irgendwie falsch gesagt haben, dann schreibt uns einfach an redaktion. Und dann werden wir das hier auch nochmal klarstellen, wie wir das meinen und auch wenn ein Hersteller das hört und sich irgendwie so fühlt, als wäre er irgendwie schlecht weggekommen, dann kann er auch einfach sich bei uns melden und dann auch vielleicht auch sogar selber ein Statement dann hier in unserem Podcast haben. Also wir sind dafür alles bereit. Wir wollen einfach nur so ein bisschen Sprachrohr sein. Richtig und man muss auch ehrlich sagen, also wenn man mal negative Punkte bei Produkten anspricht, wie toll ist es eigentlich, dass man jetzt zumindest im Audiobereich, du hast eigentlich fast keine schlechten Produkte mehr. Also du hast sehr gute Produkte und vielleicht nur gute Produkte oder sagen wir mal im schlechtesten Fall mittelmäßige, aber dass du diese Sachen hast, die einfach wirklich komplette Vollkatastrophen sind, das hast du eigentlich fast nicht mehr. Ja, eben. Genau. Und dann, damit jetzt hier nicht irgendwie, genau, damit ihr wisst, wie wir mit dem Podcast weiter planen. Also wir wollen das bis Weihnachten mit dem Wochenrückblick auf jeden Fall immer freitags durchziehen und aktuell, so wie es sich entwickelt, sehen wir, dass das Ding beliebt ist, werden wir das auch weitermachen. Es wird aber auch weiterhin die Interviews mit mir und bekannten oder beziehungsweise professionellen Engineers, Musikern, Artists aus der Studioszene geben. Die gibt es dann jeden zweiten Dienstag oder wir hauen jeden zweiten Dienstag eine Diskussion raus, die wir während der Studioszene aufgenommen haben. Da gab es zum Beispiel mit Fritz Fey die ersten Schritte bei der Studioplanung. Dann gab es jetzt vor kurzem 3D-Audio, war das Thema, mit Tom Ammermann. Da haben wir auf jeden Fall viel Content mitgenommen, was wir auch regelmäßig dann halt raushauen werden. Wie gesagt, jeden zweiten Dienstag kommt dann entweder ein Interview mit mir und einem Engineer oder Producer und oder halt eben ein Beitrag aus der Studioszene. Genau. Dann war es das jetzt erstmal von uns dann einfach nur nochmal der Hinweis, dass ihr alle Links in den Shownotes findet. Wie gesagt, bei Spotify müsst ihr einfach soundandrecording.de slash podcast. Dort werden die Podcasts beziehungsweise die Episoden chronologisch angeordnet und dann sucht einfach den Beitrag zu diesem Podcast. Und in dem Beitrag findet ihr dann alle Links und Infos rund um diese Episode. Jawohl. Dann. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch ein paar Sachen. Ich bin ja jetzt so, ich soll ja nicht so bescheiden immer sein, habe ich gehört. Und ich soll ruhig immer viel Werbung machen. Ja, mach mal. Genau. Also wenn ihr Fragen an uns habt, Klaus und mich, egal, Audiobranche, über den CO2-Ausstoß der Welt oder über irgendwelche Games, schreibt uns einfach an redaktionersoundrecording.de mit dem Betreff Hashtag AskSR. Haben wir uns ja so geeinigt. Genau, wir werden dann die Fragen hier beantworten. Folge uns auf Soundrecording auf Facebook. Folge der Studioszene auf Facebook und Instagram. Also wir haben uns damals dazu entschlossen, Instagram zu nutzen, um die Studioszene zu featuren. Da gibt es auch einen Twitter-Account. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns teilt und liked und abonniert und euren Freunden erzählt, wenn ihr unsere Hefte kauft, wenn ihr unseren Newsletter abonniert, wenn ihr das macht und dies macht und jenes. Natürlich gibt es uns bei Spotify, bei Apple, bei Deezer, bei Soundcloud. Es gibt ein ESS-Feed. Teilt uns einfach überall, wo es geht. Denkt an das Gewinnspiel. Wie gesagt, Apollo. Nee, Quatsch. Universal Audio Arrow. Gibt es zu gewinnen, das Audio-Interface. Ein Sennheiser E609 und drei Studioszene-Tassen. Kommentiert das Video zu dem Podcast auf YouTube. YouTube. Jetzt habe ich fast keine Luft mehr. Das war eine ganze Menge. Das war jetzt eine ganze Menge. Deshalb würde ich jetzt sagen, machen wir Schluss. Das war es von uns. Danke fürs Zuhören. Genau. Genießt den Rest des Black Fridays. Kauft euch was Schönes oder auch nicht. Und ja, ich ringe immer noch mit mir, ob ich mir tatsächlich noch was gönnen soll, weil ich glaube, Plugins habe ich mittlerweile genug, aber wer kann schon genug Plugins? Stopp. Okay, das war es von uns. Danke fürs Zuhören. Euer Martin. Dankeschön. Und Klaus Beetz. Bis zur nächsten Woche. Genau, bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ich habe gehört, wir sollen jetzt immer euer sagen, weil das euer Hörerbindel nochmal intensiviert. Okay, dann mach das nochmal.